Da war doch was. Sie weiß etwas über den schwarzen Stein. Oh Gott, das kann ich doch nicht wissen so schnell. Bis sie auch etwas über den roten. Sie hat den Bruder, der in den Wolfsfanggipfel beschützte, geschlagen. Wir müssen uns beeilen und ihn finden. Wir brauchen alle magischen Brüder und für das letzte Ende nicht erledigen. Ah, da sind ja noch einige mehr. Das ist auf der Suche nach dem roten Stein und sie mir nur noch einen Schritt voraus. Ich sollte über den Timing nachdenken. Warum kann ich den Text nicht bestimmen? Damit ich das auch vorlesen kann. Uah! Hier. Okay. Problem ist, wie ihr gerade gemerkt hast, also für mich war der Text ja zu schnell. Ich hätte ihn gerne selber wegklicken können, weil ich wollte euch das richtig spannend vorlesen und das ging nicht. Und jetzt habe ich ein neues Passwort. Und wieder irgendwelche, wie dann ein Magier. Ja, ich habe jetzt so wenig Leben, dass ich mir einfach mal angucke, was hier so ist. Mir kann ja nichts passieren. Guck mal, der Einschalter. Wie unvorhergesehen. Ach ja, ich fühle mich gerade ein bisschen übergangen. Da wollte man wirklich spannende Let's Play vorlesen. Und dann wird man einfach so abgewürgt. Ah! Naja, jetzt bin ich tot. Also, ich spiele gleich auch ein bisschen weiter. Aber ich glaube, ich werde erstmal mein Bonbon aufhützen, ein bisschen was trinken und mal gucken. Bis gleich!